anderen ihr leute was geht jetzt willkommen zu einer neuen folge bedrollst 8x1 ich wurde hier natürlich für die mehr platzangst obereAND ufo auch ganz okay wäre aber platzangst ist natürlich der beste natürlich als auch angenommen wunderbar ja alles klar so Team Blau ist da drüben und da drüben ist Litieter der Beide auf jeden Fall ziemlich gut ich würde mal sagen ja gelb ist schon mal ausgeschieden wir sind nur noch 5 Leute oder so dran naja scannen wir erstmal den hier immer ein bisschen schön hochbauen und so dann sollte der eigentlich klappen so so da hinten ist er ok ja süßer ich würde es jetzt machen und dann tschüss dies erstmal haben wir wir sind bei Schwarz ist der Mischer der Mischer ich verstehe mal kann man sich auch direkt gönnen würde ich mal sagen so oh der Buster hat schon einen Bow auf jeden Fall nice ach ja wir haben einen Bowstwerfer in der Runde ist natürlich super geil wer kennt sie nicht wer gibt sie nicht die Bowstwerfer so wir wollen ein Bettchen hier einbauen die auch noch so safer ist ja wir haben alle kill mit seinem Bowner aber ich gebe mir natürlich erstmal ein bisschen Energie so ach das ist nice Perfekter Start in den Hark Perfekter Start in den Hark so so Scheiße ich bin über den Block gesprungen alter Mann ich bin noch halb bisschen anerkannt oben geklebt und dann bin ich runtergefallen Scheiße ich bin jetzt ein Bettchen weg ich weiß wenn die jetzt weg ist ja gut soll er weggehen gg und well played ähm Bett von Schwarz wird er abgebaut nice den habe ich mir gegönnt ein bisschen Gold habe ich auch und der weiße ist noch da ist sein Bett kann man sagen alles klar Digga ich glaube ich kaufe mir erstmal hier eine Endergest einen kleinen Bogen ich bin ja eigentlich nicht der Bow Spammer aber ich denke mal an so ein Bogen was hat hier von na ist auch was ganz praktisch ich könnte mir natürlich auch noch einen Rüstung kaufen und einen TNT ich habe mir mehr Blöcke kaufen sollen logisch ich könnte gleich aber auch knapp aufgehen machen ich bin ja das ist Alter oder so macht man das Alter gg auf jeden Fall 3 kills 3 betten und 5 Minuten sind natürlich auf jeden Fall nice Leute wie ihr seht habe ich natürlich auch premium immer noch geht glaube ich bis zum 26.01. oder so ein monat lang ja ich hoffe euch hat es gefallen wir sehen uns natürlich morgen wieder um 18 uhr leute haut rein und ciao